In diesem Video geht es darum, wie Jugendliche ein Konto eröffnen können. Vielleicht hast du schon ein Kinderkonto und möchtest es umstellen, oder du hast noch gar kein Konto, einen Nebenjob und bekommst nun regelmäßig eigenes Geld. Jetzt möchtest du gerne selber ein Konto eröffnen und in diesem Video zeige ich dir, wie das funktioniert. Wenn du als Jugendlicher ein Konto bei einer deutschen Bank eröffnen möchtest, sind einige Schritte zu beachten, um den Prozess reibungslos zu gestalten. Zuerst solltest du sicherstellen, dass du alle notwendigen Dokumente bereit hast. Dazu gehören dein gültiger Personalausweis oder auch Reisepass und manchmal auch deine Meldebescheinigung. Wenn du minderjährig bist, benötigst du unbedingt die Einwilligung deiner Eltern oder deines gesetzlichen Vormundes. Minderjährige können nicht alleine ein Girokonto bei einer Bank eröffnen. Der nächste Schritt besteht darin, eine geeignete Bank auszuwählen. Du kannst natürlich durch eine Online-Recherche schauen, was es für Angebote und vor allen Dingen auch, was es für Kosten von den Banken gibt. Du kannst aber auch eine Filiale vor Ort besuchen. Vergleiche einfach die Konditionen und Gebühren verschiedener Banken, um herauszufinden, welche am besten zu deinen Bedürfnissen passt. Die meisten Banken bieten für Jugendliche bis 28 Jahre eine kostenlose Kontoführung an. Sobald du eine Bank ausgewählt hast, nimmst du Kontakt auf, um einen Termin zur Kontoeröffnung zu vereinbaren. Bei diesem Termin nimmst du alle erforderlichen Dokumente mit, einschließlich der Einwilligung deiner Eltern. Während des Termins wird ein Bankmitarbeiter dich beraten und alle deine Fragen beantworten. Du kannst dich für einen Kontotyp entscheiden, der zu deinen Bedürfnissen passt und natürlich auch festlegen, wie du dein Konto nutzen möchtest, zum Beispiel für Online-Banking oder für eine Kreditkarte. Du kannst dein Konto, wenn du 18 bist, auch online eröffnen. Nachdem du alle erforderlichen Dokumente unterschrieben oder eingescannt und dich legitimiert hast, erhältst du deine Kontounterlagen. Überprüfe sie sorgfältig und bewahre sie sicher auf. Wenn du Online-Banking nutzen möchtest, aktiviere es und wähle ein sicheres Passwort. Schließlich überweise Geld auf dein neues Konto, um es zu aktivieren. Du kannst auch Daueraufträge einrichten, um regelmäßige Zahlungen zu erleichtern. Es ist wichtig, sich mit finanzieller Bildung zu befassen. Lerne, wie du ein Budget erstellst, um deine Finanzen im Blick zu behalten. Und erkunde Möglichkeiten, wie du Geld sparen und auch langfristig investieren kannst. Sei verantwortungsbewusst im Umgang mit deinem Konto und achte auf Gebühren und Transaktionen. Also kontrolliere dein Konto regelmäßig. Und zögere nicht bei Fragen oder Problemen, deine Bank schnell zu kontaktieren. Mit diesen Schritten kannst du ein Konto bei einer deutschen Bank eröffnen. Finanzielle Bildung ist entscheidend, um dein Geld gut zu verwalten und in Zukunft finanziell erfolgreich zu sein. Viel Erfolg!